Die Tochter eines Beamten, ich fass es nicht. Ich habe noch nie so empfunden, Mutter. Was hätte es geändert, wenn ich es dir gesagt hätte? Ich will nicht sterben! Bin ich überhaupt der König dieses Reiches? Niemand darf davon erfahren, habt ihr verstanden? Ich werde ein richtiger König. Ich werde ein richtiger König, verlasst euch darauf. Jede Frau in diesem Palast gehört ausnahmslos dir. Jede außer einer. Was macht ihr mit ihr? Wenn ihr ein echter König geworden seid, dann könnt ihr zurückkommen. Danke fürs Zuschauen. Verratet uns gerne unten in den Kommentaren eure Meinung. Wie fandet ihr das Video? Lasst gerne ein Like da und auch ein Abo und vergesst dabei nicht das Glöckchen zu aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.